Jo moine Leute, herzlich willkommen zum sechsten Spieltag der Regionalliga Nord-Ost für die Saison 24, 25, 6. Spieltag. Los geht's heute um 19 Uhr. Hertha BSC 2 schlägt 1. FC Lokomotive Leipzig 3 zu 1. Dann morgen um 19 Uhr. FSV Zwickau unterliegt. VSG Alt-Lindicke 1 zu 6. Dann ZFC Meuselwitz und Gymnasialfc spielen 2 zu 2 und entschieden. Dann übermorgen um 13 Uhr. Viktoria Berlin unterliegt. FSV 63 Lukenwalde 1 zu 6. Dann um 14 Uhr. BSG Chemie Leipzig gegen Greifswalder FC. Das ganze geht 2 zu 1 aus für Chemie Leipzig. Herzlichen Glückwunsch. Und dann am Sonntag um 13 Uhr. Hallerschefzeh unterliegt. FC Eilenburg 1 zu 3. BFC Dynamo Berlin. Hertha 03 Zählendorf. Das ganze geht 2 zu 0 aus für BFC Dynamo Berlin. Herzlichen Glückwunsch. Dann SV Babelsberg schlägt. VFC Blauen 2 zu 1. Und am 4. 9. um 19 Uhr. FC Kaisersiener gewinnt gegen Rot-Weiß Erfurt 3 zu 2. So das war's vom 6. Spieltag mit den Predictions der Regionalliga Nord-Ost für die Saison 24, 25, 25 Predictions. So wenn dir das wieder gefallen hat, lass den Daumen nach unten nach unten. Vergiss kein Abo, dann nimm jetzt das Glöckchen. Das wenn vergessen sagt, wenn dann verpasst dir keine Benachrichtigung auf diesem Channel. Bis dann ha. Gut geht. Ciao.